ja und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal lang ist her dass mal wieder ein video erschienen doch jetzt ist es endlich soweit nach langem warten kommt nun endlich mal wieder ein video ja wer hat es gedacht denn die technischen probleme sind jetzt endlich behoben beziehungsweise wir haben es geschafft computer läuft wir können jetzt spiele spielen von a bis z das heißt ihr könnt auch wünsche hinterlassen welche spiel zum beispiel man spielen soll sind es handy apps die wir hier mit lutex spielen können oder ähnliche spiele of origin free to play oder sowas ähnliches sagt einfach schreibt sie in die kommentare und eure wünsche vollendet ja jetzt noch ein paar kurze infos vorab was erwartet euch nach diesem langen warten erstmal erwartet euch clash of clans mit meiner neuen ratus 9er base die lange lange unter level 100 war aber nun endlich geschafft hat über level 100 zu kommen auch in der meister league schon war meister 1 meister 1 league war und ja genau das soll es grob gewesen sein mit dem ersten video nach der langen zeit war ein kurzes info video und könnt ihr einen daumen nach oben lassen damit ich eure feedback habe wie ich das jetzt machen soll also ob euch das gefällt was ich plane der upload plan ist auch eine gute bearbeitung halb wie oft ein video pro woche kommt und dann wenn ihr eure wünsche über mir geschrieben habt wieviel videos davon pro woche kommen werden also von den verschiedenen games die ihr vorschlagen werdet möchtet könnt tut und bis dahin verabschiede ich mich schon wieder mit eurem sehr ohne game hd bis zum nächsten mal und auf wiederschauen